das ist mir doch wurscht damit man das lernen kann beziehungsweise füllen und das war ziemlich gut also das war echt geil so aber das ist mir jetzt wurscht ich möchte jetzt das da anschauen dazu werdet es da wahrscheinlich gleich oh der hat noch nie mal ein scrap verbraucht es fängt schon gut zum lecken an jetzt habe ich das erste verbraucht ja der haut rein da müsste man jetzt eigentlich theoretisch fast schon zuschauen aber ich habe da keine lust zu zuschauen deswegen was spielte ich wieder so blöd ich muss mal wieder recycler bauen auf jeden fall mal quatschaufel ist bald kaputt dann werfen wir es doch einfach mal da oben was wie kürzlich greifen wenn ich hoch fliege bleibe ich bin du da gehen überall leitung her die geht rauf glaube ich stimmt die geht rauf und er fällt vielleicht nicht oder sollte ich vielleicht nicht die klima so jetzt schon drei juni mit produziert das ist sehr gut sehr gut und ich habe immer nur 42 vor denen ist red box also heute gern auf jeden fall ist viel länger und ich glaube dass jetzt relativ wenig energieverbrauch oder nein ich nicht glaube ich verbrauch maximal aber dafür kriege ich heute ist doppelte an scrap fünf ich glaube ich brauche nur 16 oder so und dann cool schon irgendwas war doch da irgendwie cool doch dann den produzieren die die quantum schuhe es auf jeden fall interessant also es geht auch schnell so leider könnte jetzt natürlich nicht drauf oder was hast leider ich mach es trotzdem zwei und senden klar vielleicht mal so schauen wir mal wie schnell ist ihr oder das ding der pumpen kann ich eigentlich grüß mal liefern lassen ich glaube ich hätte eh bloß sieben braucht ja stimmt ihr bloß sieben gebraucht aber egal so jetzt halme nach oben ab lieber verbrauch ich meine cobblestone für scrap oder so und dies dann für julio meta als wir das ist nur in meiner kisten ungefähr 100 oder mehrere slots verbrauch naja gut es ist zwar unbegrenzt aber trotzdem muss ja nicht sein so jetzt soll ich da oder 13 ich glaube ich brauche nur nur zwei die redium also ich bin mir zwar nicht sicher aber wie klar scrap ich habe schon wieder 58 ich habe schon wieder 58 ich habe doch gerade also stimmt zwei juju meta schon wieder aha drei das geht rucki schucki so zwei drei juju meta mädchen und zwei hier die um es jetzt brauche ich habe da irgendwie schon mal was hergericht glaubt ist da inklusive an diamant okay an den hohen aber irgendwas irgendwie bin ich mir ziemlich sicher dass ich zwei mal vier ihr die um es braucht irgendwas war doch da das muss jetzt mal schauen so mal mal gleich davon verdienen da ist irgendetwas da ist irgendetwas ich hasse sowas wenn irgendwo wieder so fucking mobs miteinander geiern und sie befriedigen so juju schon wieder drei das ist geil vor allem geht das auch noch so schnell so will ich schon wieder 6 5 ok scheinbar für uns verbraucht irgendwas anders ich kannte ein theoretisch wo sollst verrecken so zu haben wieder ein bisschen was mitbringt also es kostet auf jeden fall saufel strom achso ok bis zum produzieren aber es geht natürlich sauschneid und ich möchte jetzt auf jeden fall wieder laufen lassen bis ich die 4 iridium eins habe weil in der zeit bis ich meinen helm habe beziehungsweise die rohstoffe dafür brauche ich eh noch ewig lang und bis dahin habe ich scrap mindestens 1000 oder so außer ich bin natürlich so schnell und ob so viel rohstoffe dass ich das sparen kurve naja ich glaube jetzt eher weniger so jetzt geht es auf jeden fall langsam ich kann natürlich mein reaktor schalten aber ich lasse es jetzt einfach mal da werden ok ich fahre und glaube jetzt die diamanten ich versuche es jetzt einfach mal vielleicht im hilf leichter war nicht weil das ist schon weil okay das ist kommuniziert einfach hier ja doch einfach hier zumindest einfach als gesagt und das muss jetzt pro fest wo 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 red schon nicht so ob dir misst du dir ist dahinten wahrscheinlich irgendwie lange oder so so zuerst mal das naja das wort wichtigste obbauen und dann das erst wichtigste das ist wahrscheinlich der wohl aber ich suche da alles alles gründlich ob es muss wirklich perfekt gründlich sein der von nichts vergessen nix der vorbefallen auf jeden fall also es ist echt oberste priorität oberste so eine wieder vier diamanten somit könnte ich theoretisch wenn jetzt die norme vier von den ist die rüdieu morse hat das produzieren das muss ich schauen vielleicht schaffe ich das sogar noch weil eigentlich wird jetzt aufhören aber für die schuhe durch ist einmal sogar über stunden ha 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 über stunden gut gesagt 39 ep kannte ja mal verzauberung aber ich habe keine diamanten versorgen so wie viel julio schon wieder schon wieder es geht echt so scheiße schnee aber es ist natürlich im vergleich braucht man lang aber dafür kurz doch schon mal diesmal so kostet mir natürlich ein diamant darauf für sowas gibt doch gern an diamant das diamant gedank ja so scheinbar anders drum ja die region plädt die region plädt so da war ich scheinbar was man da ist braucht und zwar möchte ja die schuhe das mal Prozent quantum quantum sweet buks so was das gut so kero breit 2 und ein namens zu gut unbedingt macht namens wie gut glaube ich brauch drei rauber stiefen oder nach 2 ok und kirkung ich habe tatsächlich alles perfekt hergericht dort zu brein und diamant namen die kurecht drinnen lassen jetzt möchte ich nur schauen wie viel julio ich habe schon wieder einen das ist perfekt dann wie viel scrap habe ich scrap dann können wir das nämlich nur ein bisschen verschnellern hey weil habe ich so viel oder was früher 2 ok nice nice missing a scrap request a scrap missing a scrap nein ok ich glaube ich glaube das dauert doch noch ein bisschen länger aber ich bin mir nicht sicher kommen leider nicht verschnellern naja aber im laufe wird auf jeden fall fertig glaubt tut es dann noch schnell die sechs krepperei und macht vielleicht dann selbstmord das kann sinn hat dass ich da so blöd rumstehe so jetzt geht er wieder ab braun nämlich nur drei iridium oas und die ob gerade mal das zweite annähernd oder zur helft über scott ich glaube ich brauche mehr recycler ich glaube damals davon und recycler war dann cool wenigstens irgendwas in der dazwischenzeit da weil warten ist immer blöd und scrap ist relativ sinnvoll so weil es jw fuß fuß kommt es dann eigentlich so wie was braucht man für ein recycler rief sei klar alter das gibt es noch nicht belästigen doch nicht zu homo das ist der ganz normale recycler so drei jahre dabei ein kompressor dazu ok als wer hat war maschine block und sechs stein das ist sechs ton dann habe ich kann deswegen muss ich dort mal gehen wieder die vier dabei zwei oder ich mache es gleich anders zwei und dann noch mit vier sechs über 8 ich will quest jetzt einfach ein bisschen was davon dann preis circuits mal einfach mal 2 hoffentlich lang das gibt es da nicht das gibt es echt nicht das kann es nicht sein das könnte dann noch mal runter laufer und zwei wir jetzt war copper oder vielleicht was für und michael nix ob auch in der zeit das finde minderwertig so was gehört bestraft eigentlich das ist scheiße mit der in der ausschritt sie noch vielleicht gibt es ja doch irgendwas in ihrer hülle weil dann muss ich nicht mal weil es sollte ja oder soll er der eigentlich mein keller darstellen stimmt dort dieses blöd was immer und gibt sogar copper mehr eigentlich körper ist eigentlich nur an der oberseite wo sie so was vielleicht ist er doch hier unten auch noch was bezweifelst zwar aber da ist was ja toll cool gleich da ist was das ist das ist gut das ist perfekt wenn ich das so mit weil wir ja einem recycler bereits da nicht rummauern deswegen baue ich doch lieber gleich zwei ich brauche drei runden auch mal einen anschluss zu der workbench ich habe sogar sechs iron ore dabei so da 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 schneller mach schneller man das ist der falsche das ist der richtige 3 plus ok aber klang auf jeden fall sexy wie viel braue stunde braue ich das ja dazu muss ich die kabel machen ok verstehe schon so was braue ich dann nur für den recycler da braue ich zwei maschine block also iron ich weiß jetzt nicht wie viel zwei maschine block dann braue ich praktisch 16 also 15 plus 1 15 plus 1 plus 1 so perfekt ich brauche zwar dann später noch mehr aber egal so die 20 muss ich da rein da ja ok hau klein ich mach gleich ein bisschen mehr dann ist es nicht so unnötig was ich mache so 4 dann kommen dort die 2 rein so ich vergesse was noch reinkommt eigentlich nix nur noch der maschine block ok sehr gut wie cool mal 2 braue und so perfekt dann da rein es geht wunderschön schnell wie gesagt jetzt habe ich da zwei kompressoren jetzt braue ich aber einen recycler 6 erde und 4 refined iron und 2 glowstone erde 6 stück dann glowstone zwei stück und dann nur refined iron das muss ja auch glaube ich manuell herstellen weil ich das immer habe so wo ist der hier kompressor ok zwar und da kommen jetzt vor die vier refined iron hier guck mal 1 2 3 4 ja perfekt und fertig so jetzt habe ich die recycler gemacht wie viel UU habe ich 4 gut wie viel scrap habe ich ok 37 perfekt aber gut dann kann ich das gleich wieder mal weiterverarbeiten und ich sehe gerade das gelangt für das nächste iridium oe das war sehr cooles so 2 iridium oe jetzt braue ich nur noch 2 das war es praktisch 14 glaube ich ja 14 UU UU meter und das scharf jetzt noch das nehme ich jetzt noch auf außer es fängt natürlich jetzt so heftig zum lecken wo dass ich da nicht mal mehr hin komme aber ich hoffe das heißt da stimmt was nicht irgendwas stimmt nicht da kommt viel zu viel wahrscheinlich weil ich keine energie mehr habe oder richtig so sieht es aus und jetzt hör auf zum lecken ich sag es dir nein hallo aber dass die energie so schnell da war das kümmer jetzt das ist auch jetzt bissl blöd aber gut man kann es nicht ändern so jetzt leckt es aber bissl zu sehr es heißt praktisch ich muss leider aufhören also praktisch in dieser folge oder je nachdem ich nehme jetzt auch schon länger auf kann ich es praktisch nicht mehr fertig machen aber gut in der nächsten folge ist dann mit sicherheit fertig so oder vielleicht stabilisiert sie sich jetzt aber nein stabilisiert sie nicht ok dann ist es unnötig also ich hoffe es hat euch spaß gemacht also seos so so